So, dann kommen wir da auch wieder hoch. Wahrscheinlich. Hm. Solche Adern gefallen mir natürlich, ne? Und wenn wir den hier voll haben... Oh, das ist ja immer noch... Closed down. Äh, puh. So. So. Zack. Sehr gut. Ähm. Mhm. Da hinten ist noch was. Das ist jetzt die Frage, kann ich das so zumachen oder läuft... Ja, ist ja wurscht. So. Das dürfte ja schon mal... ...helfen. Ja, hi. So. Mhm. Jo. So. So. Ich glaube, das reicht. Wir werden jetzt mal wieder Richtung Heimat gehen. So. Beziehungsweise, das nehme ich natürlich schon noch mit. So. Ähm. Puh, 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 puh. Äh, ja. Äh. Nehme ich mit. Wo sind wir jetzt raus? Rein? Wie auch immer gegangen. Ich glaube, hier vorne, oder? Ja. Also, jetzt drehen es durch, habe ich das Gefühl. So. Da sind wir hergekommen. Sehr gut. Ja, der Nähter ist ein bisschen, äh, laut. Oh. Ah, ein ganz bisschen. Bloß raus hier. So. Da hinten. Das heißt, äh, puh. Wo muss ich jetzt hin? Halt die Fresse, ey. Äh. Das hat man davon. Da hinten ist wieder ein komischer Baum. So, ich hoffe, ich gehe auch richtig, weil... Wahrscheinlich nicht. Ähm. Mhm. Ist aber wurscht. Jetzt gehen wir mal hier. Genau. Da komme ich runter. Passt. Puh. Das, äh... Reicht schon wieder, ne? Gut. So. Ja, perfekt. So schnell kann es gehen. Naja, gut. Schnell vier und... Ja, gut. Relativ schnell halt. Huch. Ja, ready. Ähm. Wir haben einen komischen Stein. Ich packe den mal einfach da rein. Den komischen Stein. So. Zwei Stacks. Na, ich nehme den dritten auch noch mit. So. Es ist eh dunkel. Ja, dann gehen wir rüber. Ja, genau. Dass das hier weg kann, dann können wir die Straße nach hinten ziehen. Und das Trafo-Häuschen bauen. Und, 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 und. Und vielleicht baue ich mir hier sogar einen elektrischen Ofen ein. Wer weiß. Äh, wir brauchen... Auf jeden Fall mal eine Pizza. So. So. Perfekt. So. Zu. Das können wir eh gleich hier machen. Ich meine, so haben wir halt noch mehr als genug übrig, ne? Das, äh, spricht ja auch für sich. So. Und warum die da hinten nicht wachsen? Naja, gut. Ich sag da nichts mehr zu. Gut. Mhm. So. Schauen wir mal, wie weit wir damit kommen. Hm. Oh, was soll der Geiz? So. Achso. Hm. Hm, hm, hm. So. Ne, das könnte sogar... Äh, das geht sich, glaube ich, aus. Aber, ich werde jetzt nachher mal, oder gleich, wenn ich hiermit fertig bin, schauen, was wir uns noch auf, auf unseren Hammer drauf machen können, der jetzt wirklich ein Level aufgestiegen ist. Na, dann machen wir das zielfertig. Na, das dürfte doch noch ganz knapp werden, wa? Scheiße. Wegen... 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 Vier Stück. Oh, Mann. Wobei das... E... Egal... Sein... Könnte. Ne, könnte es nicht. Hm. Ja, dann, äh, es hilft ja nichts, ne? Wir brauchen noch Steine und fertig aus Ende. Vielleicht habe ich da eh noch was drin. Äh, sehr gut. Ne, nicht weiße Keramik, sondern... Was mache ich denn da? Falsche Taste, wa? So. Acht Stück. Zack. Ja, perfekt. Da haben wir das Dach auch noch nicht, beziehungsweise hier den Ofen noch überhaupt nicht fertig. So. Hm, hm, hm. So. Den können wir natürlich da hinsetzen. So. Dann haben wir das schon mal. Ach, Mann. So. So. Herrlich. Dann, äh, her mit den Maschinen, würde ich sagen. Ähm, ich lagere da mal die Dinger hier ein. Die brauchen wir nämlich nicht. Beziehungsweise, wir haben so oder so keinen Platz jetzt gerade. Schaut's hier aus. Naja, es wird. So. Genau. Äh. Wenn ich mir das merken kann, hier. Ähm. Ach so. Die haben so natürlich alle keine Energie. Hm. Außer, ich baue es natürlich dran. Und die Kisten sind auch noch nicht leer, ne? Nee. Schauen wir mal, was wir davon einlagern können. Nichts wahrscheinlich. So. Wow. Nichts. Habe ich ja gesagt. Nein. Oh, wirklich. So. Wie soll ich die jetzt umbauen? Das packe ich einfach mal nach unten. Beziehungsweise. Die nehme ich mit. Die können wir da unten reinpacken. Irgendwo. Sehr gut. So. Dann haben wir Schien. Schien, 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 Schien. Packe ich da mal rein. Hoppadakt. Keine Ahnung. Na, immerhin. So. Ich könnte jetzt natürlich auch das ME-System zuklumpen, ne? Das wäre auch eine Idee. Schauen wir mal, was da noch reingeht. Und den Rest hauen wir einfach ins ME-System. Dafür haben wir es ja, ne? So. Wow. Das hat aber ganz schön gesaugt, ne? Bist du wahnsinnig. Das heißt, über den Strom. Sollten wir uns auch noch Gedanken machen, ne? Wie ich das gerade sehe. Das Werkzeug natürlich nicht. Das könnte ich ja, das könnte ich eigentlich verschrotten. Mhm. Machen wir da ein bisschen Sorgen. Mhm. Wahrscheinlich, weil wir da so viel genutzt haben von der, von der Produktion. Da habe ich echt nicht drauf geschaut. Puh. 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 Das muss echt nicht sein. Puh. Puh. Ja, 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 ja. So. Und schauen wir mal, dass wir das hier wegkriegen. Äh. Das ist der Ofen, ne? Mh. So. Jetzt haben wir das. Das kommt auch weg. Die ist so oder so leer. Das ist ja eigentlich logisch. So. Äh. Die müssen wir so oder so leer machen. So. Wie gesagt, immer was geht, hauen wir noch hier rein. Alles, was nicht mehr geht, kommt hinten rein. Puh. Aber, dass das nicht mehr ausreicht, ist natürlich, äh, weniger schön, ne? Ähm. Rollgabel. Ne, halt, 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 halt. Den packen wir da natürlich nicht rein. Äh. Passt. Das kommt da auch rein. Okay. Das lassen wir da oben. Hm. Dass das so wenig produziert. Vielleicht sollten wir wirklich noch ein, äh, Solarfeld machen. Ich muss mal gucken, was die kosten. Ach so, eigentlich sollte man mal pennen, ne? So. Dass wir vielleicht auf das Gebäude noch ein bisschen Solarenergie raufhauen. Was kosten die denn eigentlich? Solar? Advanced Photo. 160. 80. 40. 10. Was kosten die? Electric Steel. Quiet Clear Glass. Oh nö, nicht diese blöden Grains of Infinity Dinge. Boah, wirklich jetzt? Boah, das dauert ja wieder ewig, bis ich die hab. Ja, super. Schau mal bei Immersive. Was haben wir da? Wir haben ne Windmühle, das ist natürlich, naja, weiß ich nicht. Hm. Nein, ich lass mich ablenken. So. Die Frage ist, was produziert das, ne? Äh, Eisen. Und Tweeted Holtz. Aber das ist ja auch nicht genug, das ist ja alles nur so, ja, halbfuglig. Puh. Heavy-Planet. Ja, ähm. Wir können natürlich Grains of Infinity machen, ne? Das wäre auch ne Möglichkeit. Blöd gesagt. Arg-Furnis-Elektrods. Keine Ahnung, wie man das macht. So. Sag, alles mit. Okay. Hm. 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 Hey, Pizza. Ja, das ist, ist jetzt echt ne gute Frage. Wie machen wir es jetzt am blödesten, ne? So. Wo geh ich denn hin? Ich brauch ja nur hier rumgehen, ey. So. Hm. Achso, natürlich den auch und die auch. So. Hm. Ja, das könnte ziemlich langweilig werden, ne? Hm. Okay. Hm. 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 Vielen Dank.